Aber ich will die Menschen doch nur zum Lachen bringen. Mehr will ich doch gar nicht. Ja, bitte. Sieht mal her, ein Clown. Wo du schon mal hier bist, mach mal ein paar Kunststückchen für uns. Mensch, was willst du? Was machst du jetzt mal in Ruhe, alles? Ich will nicht eure Witzfigur. Was ist das denn? Komm, mach das nochmal. Boah, ist das eine tolle Show hier heute. Eine Cola.